Ein spannender Tag ohne Zweifel für die US-Amerikaner. Für die US-Anleger trifft es wohl eher das Wort Anspannung. Sie haben lange auf diesen Tag gewartet und man sieht an dem Minus der letzten Tage an einem angestiegenen Wix, also an dem angestiegenen Angstbarometer. Natürlich ist da Verunsicherung, aber das Plus auf die letzte Minute am Bartag tatsächlich heute, das wir sehen, das ist doch ein Indikator dafür, dass auch mal die Hoffnung groß ist, dass es ein eindeutiges Ergebnis geben wird. Ja, richtig, das ist tatsächlich dieses Mal sogar wichtiger, als welcher Kandidat tatsächlich das Rennen gewinnen wird. Beide Kandidaten haben für die Wall Street ihre Vorteile, ihre Nachteile. Wie gesagt, es wird wichtig, dass es bald ein Ergebnis gibt, dass es nicht angekommen wird und dass eben hier bald wieder Ruhe und Stabilität einkehren können. Ja.